So, herzlich willkommen und moin moin meine lieben Zuhörer und Zuschauer zu einer weiteren, vielleicht der letzten, mal sehen wie lange es dauert, Folge von Luther 2017. 500 Jahre Reformation, wo stehen wir heute und was wählst du? Christ oder Antichrist? Wir sind inzwischen auf Seite 33 von dem Papier angekommen und das geht dann weiter mit dem Konzil zu Trient, das ich ja bereits letztes Mal angekündigt habe, dass wir hier fortfahren werden. Nachdem wir jetzt davor die ganze Sache über den Sabbat ja nun schon ziemlich deutlich besprochen haben, kommen wir hier glaube ich nicht mehr allzu viel auf diesen Umstand zurück, außer ein wenig. Nein, jetzt mal im Ernst, das Wichtigste im Grunde wird hier jetzt gerade noch besprochen, nämlich die 17. Sitzung des Konzils von Trient, das zwischen 1545 und 1563 stattfand, auf der der Arztbischof von Reggio, die bis dahin oftmals positiv gesandten Abgeordneten der römisch-katholischen Kirche gegenüber den Protestanten, dann eigentlich gegen sie gekehrt hat. Und wie das genau passiert ist, ja, das wird vor allen Dingen die Leute vielleicht interessieren oder vielleicht ein bisschen vor den Kopf stoßen, die immer meinen, dass Jesus den Sabbat abgeschafft hat. Das hat er nicht. Der Sabbat ist Teil der 10 Gebote. Und wenn man dann behauptet, dass Jesus die 10 Gebote abgeschafft hat, dann würden wir ja heute gar kein Gesetz mehr haben. Wenn wir kein Gesetz mehr haben, dann übergehen wir keine Übertretung. Begehen wir keine Übertretung. Und wenn wir keine Übertretung begehen, ja, dann brauchen wir doch auch keinen Erlöser. Also hat Jesus das Gesetz nicht abgeschafft. Sonst würde er ja umsonst am Kreuz für uns gestorben sein. Das könnt ihr natürlich gerne glauben, aber das ist eine Falschlehre, die ich sicherlich nicht vertrete. Gut, ich fahre meinen Text fort, dann werden wir sehen, wo wir ankommen mit unserer Diskussion hier. Und ob vielleicht doch noch jemand zu überzeugen ist, dass der Sabbat, der in der Schöpfungswoche von Gott für uns gemacht wurde, eben auch heute noch seine Gültigkeit hat. Denn wie er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nie vergehen. Und sein Wort ist Gesetz. Und das Gesetz sind 10 Gebote. Aber genug. Das autoritativ und lehrmäßig bedeutendste Kirchentreffen der römisch-katholischen Kirche war das in Trient zwischen 1545 und 1563. Die Absicht dieser Zusammenkunft war die, Zitat, die Kirchenlehren als eine Antwort auf die Ketzerei der Protestanten, Ende Zitat, festzulegen. Und das können wir so nachlesen in der Catholic Encyclopedia unter dem Artikel Trient. Das ist ja auch, wie ich bereits in meiner Lesung von Herrscher des Bösen erklärt hatte, war dieses Konzil einberufen unter Papst Leo III. Leo III., der wenige Jahre zuvor die Gesellschaft Jesu mit der päpstlichen Bulle Regimni Militantis Ekklesiae ins Leben gerufen hat. Und wie er es mit den Jesuiten übereingekommen war, sich mit den Protestanten, ja, zwischen Anführungszeichen zu versöhnen, so steht es in Rulers of Evil, in Herrscher des Bösen, nachdem diese drei Jahre zuvor, 1542, die Inquisition übernommen hatten. Also dieser militärische Orden wird gegründet, übernimmt dann zu seinen Bedingungen die Inquisition und dann berufen sie ein Konzil ein, um sich mit den Protestanten zu versöhnen. Ja, kann man denn von versöhnen sprechen, wenn man weiß, was in dem Eid der Jesuiten steht? Kann man denn von versöhnen sprechen, wenn man weiß, dass die Jesuiten gerade die Inquisition übernommen haben, in denen sie genau die Dinge zupassen, die sie in ihrem Eid erzählen, dass sie die Protestanten da verbrennen, erschlagen, ihnen die Haut abziehen, sie lebend kochen, lebend begraben und die Bäuche der Frauen aufschlitzen, um die Kinder rauszuholen, um sie dann mit den Köpfen gegen die Wand zu schlagen? Kann man da von Versöhnung sprechen? Nun, bei diesem Treffen wurde die Frage nach der Kirchentradition und ihrer Autorität gegenüber der Autorität der Bibel lange und heftig debattiert. Wie ich meinte, da waren ja auch einige, etliche sogar, römisch-katholische Abgeordnete, ob das jetzt Bischöfe oder welche Position, die auch Bekleideten spielt ja keine Rolle dabei, die im Grunde durch diese langen Debatten mehr und mehr auch davon überzeugt wurden, sich doch wirklich an die Schrift zu halten und nicht an die Tradition. Die Angelegenheit wurde nicht vor der letzten Versammlung verabschiedet und es ist bemerkenswert, dass mit der Tatsache, dass die Kirche den Ruhetag vom Sabbat auf den Sonntag verlegte, die Tradition über die Bibel gewann. Die dort gefällte Entscheidung wurde als endgültiger Beweis dafür gewertet, dass die Kirchentradition der Autorität der Bibel überlegen war. Das ist eben wie die römisch-katholische Kirche das interpretiert, dass aufgrund dieses Konzils festgestellt wurde, dass die Kirchentradition über der Autorität der Bibel steht. Dass mit anderen Worten die Kirchentradition über dem Wort Gottes steht. Das erwähnte ich ja schon am Anfang dieser Lesung aus eigener Recherche und hier ist das, was wir jetzt, wie das Ereignis wie folgt belegt wird, was wir gleich nochmal besprechen, ist es nochmals dokumentiert. Den englischen Text davon stelle ich auf Anfrage gerne zur Verfügung. Er ist im Internet auch verfügbar und für jeden selber nachzuforschen. Also ich kann nur wieder einmal daran appellieren, dass jeder seine eigenen Nachforschungen betreibt und er kann sich das ja gerne raussuchen. Also, dieses Ereignis ist wie folgt belegt, dass also die Kirchentradition über die Autorität der Bibel gestellt wird. Zitat Endlich wurden ihre letzten Skrupel beseitigt. Der Erzbischof von Reggio hielt eine Rede, in der er öffentlich erklärte, dass die Tradition über der Bibel steht. Die Autorität der Kirche konnte daher nicht der Autorität der Schrift unterstellt werden, weil die Kirche den Sabbat auf den Sonntag verändert hatte. Nicht durch einen Befehl Christi, sondern durch ihre eigene Autorität. Zitat Ende. Das kann man nachlesen in einem Buch, das heißt Kanon und Tradition oder Canon and Tradition von H. L. Holzmann aus Ludwigsburg von 1859. Ich habe mir die Mühe gemacht, das Buch im Internet zu suchen und soweit es zugänglich ist, kann man alle Seiten lesen, außer Seite 263. Schon mal interessant, ne? Könnt ihr ja selbst mal nachforschen. Dies ist ein ganz wesentlicher Punkt, fährt der Artikel fort. Die Protestanten und Reformatoren behaupten und sagen, dass sie die Schrift und die Schrift alleine, sola scriptura, als ihre Grundlage und Autorität für Glauben und Lehre und Gewissen haben wollen. Aber die katholische Kirche klagt die Protestanten an. Nein! Die Protestanten haben nicht die Schrift als alleinige Autorität, weil sie den ersten Tag der Bibel, den Sonntag als Ruhetag halten, während die Bibel sagt, dass der siebente Tag der Samstag Ruhetag ist. Rom gibt ehrlich zu, den Ruhetag von Samstag auf Sonntag verlegt zu haben, vom siebenten Wochentag auf den ersten Wochentag, während sie die Protestanten und Reformatoren zurechtweisen, die da sagen, dass sie der Bibel folgen, während sie es nicht wirklich tun, weil sie einer katholischen Tradition folgen, indem sie den ersten Tag der Bibel in der Woche als Ruhetag halten. Zitat Es gibt nur einen Ausweg für die Protestanten. Der liegt darin, dass sie ihren Standpunkt konsequent, das heißt kompromisslos, vertreten, nämlich nur das geschriebene Wort, die Bibel und die Bibel allein. Es ist nicht zu spät für die Protestanten zu dem zurückzukehren, wofür sie einmal eingestanden waren. Werden sie es tun? Werden sie unverrückbar an dem protestantischen Bekenntnis festhalten? Oder werden sie damit fortfahren, eine unverantwortliche, widersprüchliche und selbstmörderische Position einzunehmen, sich nämlich zum Protestantismus zu bekennen, einerseits, und gleichzeitig auf katholischem Boden zu stehen und der Autorität der katholischen Kirche andererseits zu folgen? Werden sie das Herrn Sabbat, den siebten Tag der schriftgemäß halten? Oder werden sie den Sonntag in Übereinstimmung mit der Tradition der katholischen Kirche halten? Ende Zitat. Können wir nachlesen aus verschiedenen Veröffentlichungen des Catholic Mirror im Laufe des Septembers 1893 unter Traktaten mit dem Titel Rome's Challenge, also Roms Herausforderung. Die Frage ist doch, lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, Welche Wahl triffst du? Deswegen heißt das Video auch so. Was wählst du? Christ oder Antichrist? Martin Luther wagte es aufzustehen, die katholische Kirche zu tadeln und sich von ihr zu trennen, obwohl er nicht klar die Veränderung der Zehn Gebote und die Veränderung des Ruhetags erkannte. Die aber, die seiner Reformationsarbeit nachfolgten, das sind unter anderem Bibeltreue Christen heute. Hätten weiterkommen müssen als Luther. Stattdessen sind sie nun nach Rom zurückgekehrt. Gerade an der Frage des Ruhetags sind die Protestanten gescheitert. Sie haben eine katholische Tradition akzeptiert, während ihr Ansatz der Bibel und der Bibel allein als einzige Autorität im Glauben und der Lehre und dem Gewissen zu folgen dadurch gescheitert ist. Aufgrund dieses Abfalls, vor dem ja in der Bibel verschiedene Male gewarnt wird, haben sich die Protestanten schrittweise Rom genähert. Und wenn sie das 500-jährige Jubiläum für Luthers Bruch mit der katholischen Kirche feiern, so nutzen sie diese Gelegenheit, um ihre Einheit mit Rom zu demonstrieren und zugleich ihre Kapitulation vor dem Antichristen ebenso deutlich zu machen. Wir können nun einige wenige der meist gebräuchlichsten unbiblischen Traditionen zusammenfassen, da wir ja schon gesehen hatten im Laufe dieses Papiers, die die Lutherische Kirche und viele sogenannte protestantische Kirchen von Rom angenommen haben. Nun, im Text steht hier immer die Lutherische Kirche to dies und to das. Ich ersetze das Wort Lutherische Kirche mit der protestantischen Kirche, weil es gilt für alle protestantischen Denominationen, die da draußen heutzutage rumschwirren im Jahr 2016 und schon seit einigen Jahren. Punkt 1. Die protestantische Kirche folgt einer Tradition, die keine biblischen Wurzeln besitzt, indem sie den Sonntag als Ruhetag hält, der nach der Bibel der erste Tag der Woche ist, anstelle des biblischen siebenten Tages des Sabbats. 2. Die protestantische Kirche folgt einer Tradition, die keine biblischen Wurzeln besitzt, indem sie die Kindertaufe anstelle der Glaubenstaufe praktiziert. 3. Mit der Konfirmation folgt die protestantische Kirche einer Tradition, die keine biblischen Wurzeln besitzt, wenn 14- bis 15-Jährige ihren Glauben bekennen sollen, den sie selbst nicht bei der Taufe oder bei der Kindertaufe ausgeübt haben. Viele Konfirmanden glauben noch nicht einmal an Gott und Jesus Christus als Erlöser. Tja, ein ja schon bekanntes Beispiel aus meinem eigenen Leben, wie ich das bei einer letzten Sendung angeholt hatte, das war bei mir ja genauso. Nun, welche ernste und überlegenswerte Warnung gibt Jesus denen, die andere verführen? Da schauen wir doch mal, was Jesus Christus dazu zu sagen hat. Und wenn wir dann in Matthäus lesen, Kapitel 18, Vers 6-7, dann lesen wir das folgende. Der Herr sagt, Zitat, Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Ärgernisse halber! Denn es ist zwar notwendig, dass die Ärgernisse kommen, aber wehe dem Menschen, durch welchen das Ärgernis kommt. Ende Zitat Und dann begeben wir uns in eine kleine Zusammenfassung und stellen fest, dass die Reformation 500 Jahre nach Luther vor dem Scheitern steht, wenn sie nicht schon gescheitert ist, weil man eben nicht der Bibel und der Bibel allein gefolgt ist. Ein klarer Beweis dafür ist, dass die, die die Reformation und den Protestantismus heute repräsentieren, sollten, den ersten Wochentag, nämlich Sonntag, als Ruhetag halten. Viele glauben, dass die Reformation mit Luther endet, obwohl sie bis ans Ende der Zeit weitergeführt werden muss. Luther hatte ein großes Werk bewerkstelligt, da will man überhaupt nichts von wegnehmen. Ohne Luther, mit dem ganz Europa befreit wurde, würden wir heute da nicht stehen, wo wir stehen. Luther hat die Arbeit von Wycliffe und Tyndale und anderen fortgesetzt. Aber er hat sie nicht nur fortgesetzt, er hat sie vor allen Dingen ausgebreitet. Und Luthers Lehre und Luthers veröffentlichen der deutschsprachigen Bibel im 16. Jahrhundert, Anfang des 16. Jahrhunderts, hat ganz Europa freigesetzt. Und wenn wir uns das geschichtlich anschauen, da muss man ja mal eben feststellen, dass damals die ganzen Könige umworfen wurden und die Menschen sich ihre eigenen Regierungen dahin stellten. Ist das nun eine Demokratie? Ist das eine Republik? Ist das eine Republik immer noch von einem König, so wie heute in Belgien und England so gesagt, als Repräsentant irgendwo geleitet? Aber das Parlament, die Menschen machen halt die Gesetze. Der Punkt war ja damals, dass die Menschen durch die Bibel zu lesen erkannt haben, dass sie bereits einen Herrn und einen König haben. Der König war Jesus Christus und nicht irgendein König, der an den Strippen des Papstes, des Antichristen tanzt. Und diese Reformation, das was damals aus Luther rauskam, das hat Luther wirklich eingeleitet, das hat uns im Grunde die ganze Veränderung gebracht. Und hat dafür gesorgt, dass wir eine Mittelklasse hatten, die wir vorher nicht hatten und die wir heute auch kaum noch haben, weil eben die Kontreformation sehr gut gearbeitet hat. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, dass Luther ein ganz großes Werk bewerkstelligt hat. Und auch meine ganze Kritik an Luther und an allen anderen Reformatoren in verschiedenen Punkten will da überhaupt nichts von wegnehmen. Luther und die anderen Reformatoren sind durch Gott auf die Schulter getippt worden, als sie in der römisch-katholischen Kirche verblieben und haben das Wort Gottes erkannt, haben die Wahrheit erkannt und haben dafür eingestanden. Und das bis zu mit ihrem Leben, bis dass man sie lebendig auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat. Wie zum Beispiel Tyndale, mit dem man das tat. Und noch ein paar andere. Aber das nur mal eben jetzt so nebenbei. Also diese ganze Rede, wenn ich auch mal sage, gegen den Protestantismus oder die Fehler, besser gesagt des Protestantismus, teilweise aufdecke, wollen wirklich nichts wegnehmen von dem Werk, das Luther bewerkstelligt hat. Luther und seine Arbeit haben damals Europa frei gemacht. Und sie haben auch dafür gesorgt, dass die Leute, die das erkannt hatten und geflüchtet sind in eine neue Welt, nämlich die kürzlich davor entdeckte Welt des Westens, was wir heute die Vereinten Staaten von Amerika hauptsächlich nennen, den neuen Kontinent Amerika, der entdeckt wurde, dass sie dahin geflüchtet sind, weil sie eben hier in Europa nicht frei leben konnten, weil hier immer noch der Antichrist teilweise eben regiert hat. Und sie sind geflohen davon und haben dann in den Kolonien eine protestantische Nation errichtet mit 13 Kolonien, die dann, als sie dann eine Nation wurde, 1776, katholisch unterwandert war. Aber das ist ein anderes Thema, da kann ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Aber nichtsdestotrotz sind die Leute, die damals sich an Gott gehalten hatten, die wirkliche Protestanten waren, ob das jetzt Puristen waren, ob das Quäker waren, ob das Amisch waren, was auch immer, nach Amerika ausgewandert, weil da in dem neuen Land der Papst noch nicht regierte. Luther hatte ein großes Werk bewerkstelligt, indem er das Licht verbreitete, das Gott ihm offenbarte. Aber er erhielt nicht all das Licht, das die Welt in späterer Zeit noch erhalten sollte. Von dieser Zeit an und bis heute ist beständig neues Licht durch die Heilige Schrift sichtbar geworden. Neue Wahrheiten haben sich offenbart. Nun, die Reformation ist im Grunde, da möchte ich mal kurz drauf eingehen, ist im Grunde ein falscher Ausdruck. Warum? Die Reformatoren, die, wie ich bereits angeholt hatte, allesamt aus der römisch-katholischen Kirche kamen, wollten die römisch-katholische Kirche reformieren. Sie wollten sie wegbringen von Tradition und stattdessen auf den Pfad der Bibel umleiten. Dies taten sie jedoch nicht einmal selber aus den bereits angeführten Gründen. Sie verließen selber den schmalen Pfad, den Gott der Herr gelehrt hat und hielten an verwerflicher Tradition fest. Doch davon abgesehen muss man begreifen, dass die römisch-katholische Kirche von vornherein überhaupt nicht zu reformieren ist, da sie die Synagoge Satans verkörpert. Satan ist nicht reformierbar. Man muss ihn und seine Lehren bloßstellen und lauthals im Namen des Herrn protestieren. Alleine schon durch es Reformation zu nennen, gibt man zu erkennen, nicht zu begreifen, wofür die römisch-katholische Kirche eigentlich steht. Das sind so diese kleinen Fehler, die wir gerade angeholt hatten. Die Luther, Dinge die Luther damals so noch nicht gesehen hat, die wir aber heute, sicher in 2016, sehen können. Bis zu unserer heutigen Zeit sind aber tausende Bücher geschrieben und ist die Bibel inzwischen gut genug verstanden von den meisten wirklichen bibeltreuen Christen, um zu erkennen, dass nicht Reformation, sondern Protest die Antwort auf die Falschlehren der römisch-katholischen Kirche sind. Und wahrer biblischer Protest bedeutet nichts anderes, als zurückzukehren zur Heiligen Schrift alleine, sola scriptura und somit zu biblischem Christentum, dem Christentum, das die Apostel noch gelehrt hatten. Wenn wir uns als solche Christen verstehen, dann ist das lautstarke warnen vor dem in der Heiligen Schrift Jahrhunderte vor seinem Erscheinen angekündigten Mann des Verderbens, des Menschen der Sünde, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. Dieses Antichristen, unsere erste und vornehmste Pflicht. Die der Reformation folgende Konterreformation oder Gegenreformation, beginnend mit der Gründung der Gesellschaft Jesu, die fortwährende, niemals aufhörende Verfolgung bibeltreuer Christen durch die Inquisition in all ihren Formen, damit sind hauptsächlich auch moderne Kriege gemeint, sicher die Kriege nach dem Ersten Weltkrieg inklusive des Ersten Weltkrieges, macht jedem, der Augen zum Sehen hat, unmissverständlich deutlich, dass mit Rom, das mit kein, das mit dem Antichristen und schließlich mit Satan selber kein Kompromiss, kein Unterhandeln möglich sind. Das Richten überlassen wir Gott, dem Herrn. Aber das Warnen vor unserem Feinde überlässt er durch das Studium seines Wortes uns. Ich sehe es als meine mir von Gott gegebene Pflicht, das Papsttum zu allen Zeiten und Orten als den Antichristen zu entlarven und meine Mitmenschen vor ihm und seinen Methoden zu warnen. Protest, ja. Reformation, nein. Zurückkehr zur reinen biblischen Lehre, ja. Kompromisse, nein. Friede, wenn möglich, aber die Wahrheit um jeden Preis. Dieser Spruch wird Martin Luther zugeschrieben und ich lebe ihn täglich für meinen Herrn. Aber es geht um Krieg mit Worten. Es geht um Krieg mittels der Lehre des Herrn und nicht um Krieg mit weltlichen Waffen. Wo befinden sich die bibeltreuen Reformatoren oder die bibeltreuen Protestanten heute? Sie werden gebraucht, dringend und in großer Zahl. Menschen müssen die Verführung erkennen, die in vielen Kirchen verkündet wird. Gleichzeitig muss das Volk eine klare und wahre biblische Botschaft für unsere Zeit hören, wie wir sie im Buch der Offenbarung Kapitel 14 Verse 6 bis 12 und Kapitel 18 Vers 4 finden. Ich zitiere. Das erste Zitat kommt also aus der Offenbarung, wie gerade eben genannt. Was ist denn das hier? Kapitel 14 Verse 6 bis 12. Wenn du Fenster öffnest, kann man alles nicht mehr sehen. Das passt manchmal nicht. Zitat. Und ich sah einen anderen Engel durch die Mitte des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium, um den Bewohnern der Erde zu verkünden. Alle Nationen, Stämmen und Zungen und Völkern. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer zweiter Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große, die mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Und ein dritter Engel folgte ihm, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirne oder seine Hand nimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und keine Ruhe haben Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, welche die Gebote und den Glauben an Jesus bewahren. Ende Zitat. Und wir fahren dann fort in Offenbarung 18 Vers 4 und folgende Zitat. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, Geht aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Ende Zitat. Wer wird genau so mutig wie Martin Luther für die Sache des Herrn aufstehen? Heute sieht es so aus, als ob die negativen Kräfte der Welt die Schlacht auf unserem Globus gewinnen. Die Bibel aber offenbart, dass diese Kräfte, die gegen Christus sowie die, die auf Christi Seite stehen, kämpfen, verlieren werden. Offenbarung 17, Verse 12 bis 14. Und das Zitat folgt hier. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, welche noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige auf eine Stunde mit dem Tier. Diese haben einerlei Ansicht, also einerlei Gedanken. Und ihre Macht und Gewalt übergeben sie dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und mit ihm die Berufenen, Auserwählten und Getreuen. Da muss halt jeder seine Wahl treffen, auf welcher Seite er steht. Kämpft er auf der Seite des Lammes oder kämpft er auf der Seite des Biestes mit den zehn Königen? Wählst du Christ oder wählst du Antichrist? Wählst du das Leben hier auf der Erde oder wählst du das spirituelle ewige Leben, das dir gegeben wird, durch Gnade, durch Jesus Christus, durch ihn als deinen Erlöser anzuerkennen? Gott hat die Kontrolle, indem er sagt, bis hierhin und nicht weiter. Natürlich viele Menschen, die heute schon sagen, wie weit lässt er es denn noch gehen? Es ist dann noch nicht schlimm genug. Wir werden erst richtig getestet werden. Wir werden alle noch die Gelegenheit haben zu leiden für unseren Glauben. Weil wer glaubt, dass er ohne Leiden, ohne eventuelles Märtyrertum so mal davon kommt in dieser Zeit, der hat die Bibel nicht verstanden. Millionen, Millionen, Millionen wurden vor uns in ihrem Glauben getestet und sind dafür gestorben. Und dasselbe wird uns heute auch widerfahren, weil die Inquisition, auch wenn sie sich heutzutage anders nennt, wird immer weiter fortschreiten und wird immer weiter gegen Gottes wahres Volk vorgehen. Und bis Gott sagt, bis hierhin und nicht weiter, sind es noch ein paar Schritte. Es sind jene, die sich auf seine Seite stellen, welche siegreich aus dem großen Reformationskampf, der bis zum Schluss andauert, hervorgehen werden. Es gibt noch eine letzte große Prüfung. Die Bibel offenbart, dass Jesus der Erlöser der Welt ist und dass es direkt vor seiner Wiederkunft bei der letzten Prüfung auf unserer Erde um Anbetung gehen wird. Und so lesen wir danach in Offenbarung Kapitel 13 Vers 15 bis 17, Zitat Und es wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres einen Geist zu geben, sodass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ende Zitat Es geht hier also um drei verschiedene Dinge. Entweder habe ich das Mahlzeichen oder ich habe den Namen des Tieres oder ich habe die Zahl seines Namens. Das sind drei verschiedene Merkmale. Und eins von diesen dreien genügt, um mich aus dem Buch des Lebens rauszuschreiben. Es wird geprüft werden, ob wir Gott als Schöpfer anbeten und sein Siegel erhalten, das ist der Sabbat, oder ob wir das Tier verehren und sein Mahlzeichen annehmen, sagt die römisch-katholische Kirche ja selber. Das Zeichen unserer Autorität ist der Sonntag. Von Bedeutung Hier geht es um Anbetung und nicht um Mikrochips. Viele glauben, dass der Mikrochip als Mahlzeichen des Tieres ist. Mikrochips und das elektronische System, wie es heute gibt, können als ein Kontrollorgan verwendet werden, damit die, welche das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen, nicht kaufen und verkaufen können. Mit anderen Worten, wenn es kein Bargeld mehr gibt, wird mithilfe von Plastikkarten gehandelt werden. Der Mikrochip befindet sich in der Karte oder er kann sich auch direkt in den menschlichen Körper eingepflanzt befinden. Beispielsweise unter die Haut. Es ist kein Problem, eine Karte zu sperren. Die, die das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen, sollen so gestraft werden, weil sie den irdischen Machthabern gegenüber nicht gehorsam sind. Und sie werden damit bestraft, dass sie nicht kaufen und verkaufen können. Wenn dort beschrieben steht, dass sie das Mahlzeichen des Tieres an ihre Stirn oder an ihre Hand nehmen werden, so ist die Stirn ein Vorbild für den Verstand, den Glauben und den Gehorsam und die Hand ein Bild für die Handlung, die man mit seiner Hand verrichtet. Und dazu lesen wir eben zur Bestätigung im 5. Buch Mose, Kapitel 11, Vers 18, Zitat So fasset nun diese meine Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hände, dass sie ein Schmuck seien zwischen euren Augen. Ende Zitat Wir treffen unsere Entscheidung mit Hilfe des Frontallappens, dem Teil des Gehirns, der sich in der Stirn befindet. Übrigens interessant für die Englischsprachigen, man spricht hier auch von der Pineal Gland, dem sogenannten dritten Auge und dem allsehenden Auge, dem Auge in der Mitte. Der Stirn, das ist dann halt wieder die heidnische Lehre darüber, aber das ist der Teil des Geschirns, mit dem wir unsere Entscheidung treffen. Pineal Gland, wie das im Englischen heißt. So können wir mit unserem Verstand wählen, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen oder oder wir können dies mit den Taten unserer Hände bezeugen. Die Bibel sagt, dass wir ihn anbeten sollen, der Himmel und Erde geschaffen hat und keinen anderen. Gerade im Gebot des Ruhetags erfahren wir, wer unserer Anbetung würdig ist. Es ist derjenige Gott, der in sechs Tagen alles schuf und am siebenten Tage ruhte. Weil der Ruhetag daher etwas mit der Anbetung zu tun hat, wird dieser Punkt Aufmerksamkeit erlangen, kurz bevor Jesus wiederkommt. Wir leben in dieser Zeit, wo die Leiter der Welt den Sonntag, den ersten Tag der Woche, als Ruhe-, Familien- und Anbetungstag einrichten wollen. In Europa arbeitet die Europäische Sonntagsallianz, da hatte ich ja schon in einem vorherigen Video, ich glaube in Teil 6, das Bild mit eingeklebt, ich mache das hier auch nochmal, diese Europäische Sonntagsallianz sehr aktiv dafür, den Sonntag als wöchentlichen Ruhe- und Familientag durchzusetzen. Und übrigens hat Papst Franziskus dasselbe gesagt in seiner Lesung von Laudatio C, letztes Jahr vor der Vereinten Nationen. In den USA gibt es mehrere große religiöse Bewegungen, die für das gleiche Ziel arbeiten, wie zum Beispiel die Christian Coalition oder Lord's Day Alliance. Der Sonntag als Ruhetag streitet gegen Gottes Wort und Gottes 10 Gebote, die besagen, dass wir Gott an diesem Tage anbeten sollen, den Gott als Ruhetag beiseite gesetzt hat, nämlich am Sabbat, dem siebenten biblischen Tag der Woche. Die Menschen werden daher bald zur Entscheidung gebracht werden, ob sie ihn, der Himmel, Erde, Meer und alles was darin gemacht hat, anbeten wollen und seinen Ruhetag halten oder ob sie das Tier, also das System der römisch-katholischen Kirche anbeten wollen und ihm gegenüber loyal sein und sein Mahlzeichen anbeten wollen. Interessant wäre hier vielleicht nochmal, um darauf eben abzuschweifen, ja geht es denn wirklich um Anbetung? Es gibt in der Bibel zahllose Beispiele und es fängt ja schon an, im Grunde im Garten Eden, wo die Schlange Eva verführt und ihr die Frage stellt von, ja, hat Gott wirklich gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr von dem Baum esst? Ihr werdet mitnichten sterben, fährt die Schlange weiter. Ihr werdet mitnichten sterben, aber ihr werdet gut vom Böse unterscheiden können und ihr werdet sein wie Götter. Ihr werdet selbst sein wie Götter. Das heißt, wenn ich dann selbst ein Gott bin, dann brauche ich ja keinen Gott mehr zum Anbeten. Da fällt schon mal die Anbetung weg. Und als Jesus die 40 Tage in der Wildernis von Satan versucht wurde, hat Satan ja deutlich zu ihm gesagt, falle nieder und bete mich an und ich werde dir all dies geben. Satan ging es von Anfang an, lest davon nochmal Jesaja, den Abschnitt, den ich ja schon öfter besprochen hatte, wo er aus dem Himmel fällt, also wo er sagt, ich werde mich erheben über den Thron Gottes und so weiter. Satan ging es von da an, schon von Anfang an, schon nur um Anbetung. Und das Ziel hat sich hier auf dieser Erde nicht geändert. Also, wenn man glaubt von, es geht ja nur um Ökonomie, es geht ja nur um Kaufen und Verkaufen, es geht ja nur um ein bargeldloses System und es geht um Kontrolle. Ja, es geht um Kontrolle, weil derjenige, den ich kontrollieren kann, dem kann ich auch sagen, was er anzubeten hat. Und denjenigen, den ich nicht kontrollieren kann, dem kann ich auch nicht sagen, was er anzubeten hat. All diese anderen Dinge sind nur Schritte, um die Anbetung durchzusetzen. Aber gut, wir fahren nochmal fort. Es wurden bereits Aussagen der römisch-katholischen Kirche zitiert, die zum Ausdruck bringen, dass die Verlegung des Ruhetags ein Beleg dafür sei, dass die Kirche Autorität habe, Zeichen und Gesetze zu verändern und neue Traditionen einzuführen. Nun, die Bibel hat schon vor 2600 Jahren offenbart, dass das Papsttum heilige Zeiten und das Gesetz verändern wird. Es steht geschrieben, dass dies passiert. Dann zweifelt es doch nicht an, dass die römisch-katholische Kirche das auch tut. Und dafür gehen wir eben mal in das Buch von Daniel, Kapitel 7, Vers 25, Zitat. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten bedrücken und wird sich unterstehen, Festzeiten, Sabbat, und Gesetz, Zehn Gebote, zu ändern und sie werden in seine Gewalt gegeben sein, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Ende Zitat Das waren die 1260 Jahre, 538 bis 1798. Nur danach heilt die Wunde ja und geht die Zeit der Unterdrückung weiter. Dies alles hat sich im Lauf der Geschichte genau so abgespielt. Sie sind nun über all diese Geschehnisse informiert, jeder, der hierher zugehört hat. Und wie würdet ihr euch jetzt entscheiden? Welche Autorität folgt ihr? Welche Autorität folgst du? Welchen Ruhetag möchtest du halten? Die Wahl, die du triffst, wird Bedeutung für Leben oder Tod haben. Jetzt nämlich. Da du darüber informiert wurdest, was diese abgefallene Kirche mit dem Ruhetag gemacht hat, wird deine Wahl gewaltige Folgen haben. Die Bibel sagt, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde, wie wir in Jakobus 4, Vers 17 nachlesen können. Wie Paulus vorher auch schon gesagt hatte, ich würde die Sünde nicht kennen, hätte ich keine Kenntnis von dem Gesetz. Wenn ich weiß, was Gottes Gesetz ist und ich tue es absichtlich nicht, dem ist Sünde. Diese Wahl, ob du jetzt den Schöpfer anbeten möchtest oder ob du das Tier anbeten und sein Zeichen annehmen willst, ist etwas, das in der nahen Zukunft geschehen wird. Es wird geschehen. Und es wird zumindest während unserer Leben in diesem Moment noch darauf hinauslaufen. In welchem Maße wir das vollständig oder teilweise mitmachen, das sage ich jetzt nicht. Aber dass wir die Richtung hingehen, wenn man alles studiert, was seit 1965, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil passiert ist, und wenn man sich heute mal offen in der Welt umguckt, ist ja wohl deutlich, dass wir in die Richtung gehen. Ob wir da alle zusammen auch ankommen werden, das ist eine andere Sache. Dies wird stattfinden, wenn uns das Mahlzeichen des Tieres, die Sonntagsheiligung des Papsttums, durch Gesetz auferlegt wird, wie wir in Offenbarung 13, Vers 15 und 16 nochmal nachlesen können. Hier kommt das Zitat nochmal. Und es wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres einen Geist zu geben, sodass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Erinnert euch mal eben an Shadrach, Meshach und Abednego im Buch Daniel. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Zitat Ende. Wir haben heute, an diesem Tag, in dieser Minute, in dieser Stunde, in dieser Sekunde, unsere Wahl zu treffen. Denn wir wissen nicht, wie lange wir leben werden. Heute ist der Tag des Heils, wie wir im Hebräer Kapitel 3, Vers 7 und 8 nachlesen können. Zitat Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung am Tage der Versuchung, in der Wüste, da mich eure Väter versuchten. Ende Zitat Entscheide dich heute, Jesus zu folgen. So wird es auch leichter, ihm morgen zu folgen. Denkt bitte gründlich über die folgenden Schriften nach. Aus Johannes 14, Vers 15 lesen wir Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. In Johannes, 1. Johannes 5, Kapitel 2 und 3 lesen wir Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben. Wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Und im 1. Buch, Johannes, Kapitel 2, Vers 4 und 5 lesen wir, Zitat Wer da sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe zu Gott vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ende Zitat Und bei Johannes 10, Vers 27 lesen wir noch Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ende Zitat Wir kommen wohl langsam zum Abschluss mit einem letzten kleinen Aufruf in diesem Buch. Eine interessante Erklärung, mit der wir noch abschließen werden. In dieser Broschüre, die ich gerade vorgelesen habe, oder dieses kleine Heft von 40 Seiten, wenn darin über die Verbrechen berichtet werden, die verübt worden sind von dem katholischen, dem römisch-katholischen System und davor gewarnt wird, welches hinter vielen Verfälschungen steht, So geht es nicht darum, den gläubigen Katholiken als Einzelperson zu verurteilen. Nein, vielmehr geht es darum, diese Person wach zu rütteln. Es ist das System, das hier mithilfe von Gottes Wort analysiert wird. Und der Autor dieses Papieres wünscht und hofft, und dies ist der eigentliche Kern auch meiner Lesung, Das Ziel und die Absicht dieser Abfassung, dass diese Informationen sowohl Katholiken als auch vielen anderen helfen werden, zu einer rechten Entscheidung in diese Angelegenheit zu kommen. Mein größter Wunsch kann doch nur sein, dass durch das Hören dieser Botschaft einige sich auf die Schulter geklopft fühlen und sagen von Hey, vielleicht war ich verkehrt. Ich drehe mich mal um. Ich lese mal, was Gott geschrieben hat. Und dann kann ich immer noch wählen, ob ich das annehmen werde oder nicht. Aber wenn ich jetzt mittlerweile gelernt habe, dass ich in dieser Welt nur belogen und betrogen werde, von vorne und bis hinten, dann könnte ja vielleicht die Wahrheit interessant sein. Und ich wende mich Gott zu. Mit gleich welcher Bibel. Hauptsache ich probiere es erstmal. Je tiefer das Studium geht, desto mehr ich die Falschlehren aufdecken und auch zur richtigen Bibel und zum richtigen Wort Gottes finden werde. Aber erstmal anfangen muss ich damit. Und diese Lesung soll für jeden, bitteschön, der es noch nicht getan hat, ein Beispiel sein, um mal eben die Handbremse anzuziehen und nachzudenken, mit was wir mit unserem Leben eigentlich beschäftigt sind und ob das die richtige Beschäftigung ist. Nun Tatsache ist, fährt es hier fort, dass es unzählige ehrliche und aufrichtige Menschen in den verschiedenen Kirchengemeinschaften, auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt. Und ich halte das nicht nur auf die. Ich halte das genauso auf die Muslime. Es gibt unglaublich viele Muslime, die unglaublich Liebe und nette Menschen sind und die Liebe in ihrem Herzen haben. Trotz dieser vergifteten Lehre, die sie von klein auf an mit dem Islam eingetrichtert bekommen, gibt es liebe Muslime und liebe Buddhisten und Hinduisten und sogar Atheisten. Aber sie sind trotzdem auf dem verkehrten Weg und ihnen auf diese Art und Weise zu zeigen, dass es einen anderen, einen besseren und vor allem einen positiv ewigen Weg gibt, das ist doch das Ziel dieser Lesung hier. Wenn wir diese von den Menschen gemachten Traditionen, die sich in mehreren Kirchen eingeschlichten haben, nicht zuletzt die Verfälschungen, die an Gottes 10 Geboten einschließlich des Sabbatsgebotes vorgenommen wurden, erkennen, dann wird dieses viele dazu führen, einen Schlussstrich unter die Unwahrheiten zu ziehen, sich von den Bindungen loszureißen, die sie festhalten und kräftige Werkzeuge für Gott in der abschließenden endzeitlichen Verkündigung zu werden. Genauso wie ich das auch geworden bin. Glaubt mir, vor vier Jahren oder sicher vor fünf Jahren interessierte mich Gott so viel. Aber das Studium, das mich dazu gebracht hat, hat mich nach dem Erkennen der Wahrheit fundamentalistisch darüber werden lassen. Das können einige gut finden, das können einige schlecht finden. Mir ist es egal, wie der Mensch das findet. Ich basiere meine Lehren und meinen Glauben auf der Bibel, auf dem wahren Wort Gottes und lasse ihn später richten, ob meine Werke jetzt auch Frucht hervorbringen oder nicht. Daher lautet der biblische Aufruf an Gottes Volk in Babylon und römischer Katholizismus und den abgefallenen Protestantismus meinen wir damit ganz genauso. Zitat Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihrem Plagen, wie ich bereits vorher schon in Offenbarung 18, Vers 4 gelesen habe. Anhand dieser Schriftstelle wird deutlich, dass sich viele Menschen von Gottes Volk in Babylon befinden. Ja, die meisten sogar. Wenn sie diese Wahrheiten in dem Licht des Wortes Gottes entdecken und erkennen, dass sie wie Luther verführt wurden, so werden sie der Aufforderung der Bibel aus Babylon herauszugehen, Folge leisten und das klare Wort Gottes als ihre Autorität annehmen und anerkennen. Luther wurde ja auch von Gott auf die Schulter getickt und hat gelernt, dass seine ganzen Werke, die er da als Mönch gemacht hat, um Seligkeit, Errettung zu erlangen, der verkehrte Weg war. Deswegen, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja. Wenn ihr euch in einer Kirche befinden solltet, die einige dieser unbiblischen Lehrpunkte, die wir vorhin in den zehn Punkten dieser Broschüre genannt haben, aufweist, so solltet ihr diese Kirchengemeinschaft verlassen, so dass ihr nicht von dem Gericht über die Gottlosen getroffen werdet. Wirkliche Kirche beschreibt Jesus so, wo immer zwei oder drei von euch versammelt sind, in deren Mitte werde ich verweilen. Das ist wirkliche Kirche, das ist wirkliche Glaubensgemeinschaft. Man muss dazu keine Kirche mit 3000 Leuten füllen oder 300 oder 30. Man kann seine Hauskirche machen, seine Heimkirche machen und man kann sich mit Gleichgesinnten treffen, die auf derselben Autorität stehen, auf derselben Bibel und kann mit denen seine Studien machen. Das ist wirkliche Ekklesia, das ist wirkliche Kirche, das ist wirkliche Gemeinschaft. Offenbarung 21 Vers 8 sagt dazu, Es nützt nichts mit einem Fuß in Babylon, um mit dem anderen auf Gottes Seite zu stehen. Man kann nicht zwei Herren dienen. Matthäus 6,24 sagt dazu, Zitat, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ende Zitat. Mit anderen Worten, ihr könnt nicht spirituell Gott dienen und andererseits materialistisch hier auf der Erde dem Antichristen. Das geht nicht. Ich muss mich von diesem System los sagen, so viel wie möglich los machen. Deswegen wollte Gott auch nicht, dass wir uns zusammenschlagen in irgendwelchen Städten und da wohnen, sondern er wollte, dass wir aufs Land gehen und dass wir uns selbst versorgen können. dass wir kein System brauchen, von dem wir abhängig sind, Rente, Gesundheitssorge, Versicherung und was war eh nie alles. Nein, dass wir uns selbst haben, dass wir auf uns selbst stehen, dafür hat er uns geschaffen, als selbstständige Menschen, als Individuen und nicht alle gleich, wie der Humanismus lehrt. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon gleichzeitig. Beide Füße sollen fest in Gottes ewiger Wahrheit verankert sein. Glaubt ihr nicht, dass ihr erlöst werdet, weil ihr der Mehrheit angehört, weil sie der Mehrheit angehört, also dass sie der Mehrheit angehört, denn die Bibel sagt, dass es am Ende einen Überrest gibt, welcher sich dazu bekennt, zu Gottes Volk zu gehören. Ein Überrest, das ist eben nicht die Masse. Die Masse schwimmt mit der Strömung und gegen die Strömung schwimmen nur lebendige Fische. Mit wenigen Worten beschreibt die Bibel diese übrigen im Buch der Offenbarung Kapitel 14 Vers 12 auf die folgende Art und Weise Zitat Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Ende Zitat Das war Philippe jetzt 2 Vers 13 hatte ich gesagt. Dies sind Gottes Treue übrigen in der letzten Zeit des Endes. Sie sind eine eines Sindes wie Jesu Nachfolger am Pfingsttag. Sie haben Jesu Gesinnung, wie wir in Galater 5 Vers 22 und folgende nachlesen können. Zitat Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Welche aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geiste leben, so lasst uns auch im Geiste wandeln. Lasst uns nicht nach eitlem Ruhme gierig sein, einander nicht herausfordern, noch beneiden. Ende Zitat Möget ihr, meine Zuhörer und Zuschauer, einer von ihnen sein. Möget ihr zu denen gehören, die aus dieser Lesung hoffentlich etwas gelernt haben. Das würde mir die größte Freude machen, wenn ich erfahre, dass jemand durch das, was ich so vorlese, ist das jetzt in dieser Lesung von Luther 2017, ist das in dem Buch von Babylon nach Rom, ist das in Herrscher des Bösen, die Zusammenfassung, die ich da auf Deutsch bringe für euch, oder sind das meine englischen Videos, die ich für meine englischen Brüder und Schwestern mache, wenn ich erfahre, dass auch nur ein einziger sich dazu bekehrt hat zu Jesus Christus und dieses System erkannt hat als so fälschlich, das würde mich schon mehr als glücklich genug machen und meine Anstrengung der ganzen Jahre, die da waren und die da noch kommen werden, hoffentlich, hätte sich allein schon für die eine Seele gelohnt. Und ich möchte kurz abschließen mit damit zu sagen, ich habe in meinem Privatleben im Augenblick eine ziemlich schwierige Situation, ich bin eben auch nicht perfekt und ich reagiere auch mal falsch. Aber da muss man es zugeben und zurückkehren und weitermachen, aber weitermachen auf der Basis von Gottes Lehre, auf der Basis von Gottes Wort. Und wenn ich mit einem Bein auf dem Fels stehe und mit dem anderen Bein im Treibsand, dann ist die Frage, wie lange ich noch auf beiden Beinen aufrecht stehen kann. Ich kann nur aufrecht stehen, wenn ich auf dem Fels komplett stehe, mit beiden Beinen und wenn ich mein Haus baue auf ein festes Fundament und nicht im Treibsand oder im Sumpf oder überhaupt auf losen Sand. Und ich muss halt irgendwie für mich selbst mal einsehen, bis hierhin und nicht weiter. Natürlich tut es weh, sich eingestehen zu müssen, dass man so und so viele Jahre eine Lüge gelebt hat. Das weiß ich, ich habe das selber mitgemacht, ich wollte es auch nicht glauben. 45, 46 Jahre habe ich in diesem verlogenen System funktioniert und es hat mir immer Zweifel gesät, dass alles doch irgendwie nicht in Ordnung sein kann. Und durch die Gnade Gottes hat Gott mich gefunden, hat mich auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Jörg, da stimmt was nicht. Und wenn du wissen willst, was nicht stimmt, komm her und ich zeige es dir. Ich zeige dir, was nicht stimmt und ich zeige dir, wie es richtig gehen kann. Und ich habe mich ihm zugewendet und habe durch das weitere Studium der sogenannten neuen Weltordnung, die ja nichts anderes ist, als die alte Weltordnung wiederherstellt, habe ich zu Jesus Christus gefunden und habe ich meinen Frieden damit gemacht, dass ich sage, hier auf der Welt, da kann passieren, was will. Was wichtig ist, ist, dass ich demjenigen fürchte, denjenigen fürchte, der Leib und Seele zerstören kann. und nicht den, der nur Macht über meinen Leib hat. Mein Leib ist nichts, meine Seele ist so viel mehr. Die habe ich von Gott bekommen und die möchte ich auch in Gott behalten. Von daher kann dieses System machen, was es will. Es kann mir nur mein leibliches Leben nehmen, aber es kann mir nicht mein geistliches Leben nehmen. Dafür vertraue ich auf Gott, auf Jesus Christus und den Vater im Himmel und ich bete den Vater jeden Tag im Namen seines Sohnes an und bedanke mich für den Tag, den ich erleben durfte und für die Dinge, die ich erlebt habe und bekenne Schuld für die Fehler, die ich erkannt habe, gemacht zu haben und bereue gleichzeitig Dinge, die ich vielleicht nicht als Fehler erkannt habe, weil man macht auch Fehler, wenn man da nicht dran denkt, aber wir sind alles, alles Sünder. Das einzusehen und dann sein Leben danach auszurichten, das ist eine wunderbare Neugeburt, die man dann später, wenn man die Möglichkeit hat, mit einer Wassertaufe auch äußerlich bestätigen kann. Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören, fürs Zuschauen, auch für die Kommentare, die kommen, aber bitte haltet es auf Kommentare, die mit dem Thema zu tun haben und hört es euch gut an, bevor ihr irgendwelche Kommentare über den Sabbat gebt, dass der abgeschafft ist. Wenn das jetzt noch nicht deutlich ist, jemand der jetzt noch einen Kommentar darüber schreibt, dass der Sabbat biblisch vom Samstag auf den Sonntag gelegt ist, der ist spirituell unehrlich und der kann seine Unehrlichkeit gerne für sich selber behalten. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Projekt von Jogler 66 Hour of the Truth oder Stunde der Wahrheit. Ich melde mich ab und hoffe, dass Gott euch möge beschützen und behüten und segnen auf all euren Wegen bis zum nächsten Mal. Jogler 66 sagt Tschüss.